Hey, willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video helfe ich euch bei der Woche 3 Quest Sammle Ringe in der Luft bei Lazy Lake und ja, hier vorne seht ihr schon den ersten, der befindet sich beim östlichen Eingang von Retail Row Command aus, bei dieser kleinen Hütte mit dem Holzdach hier. Hätte ich das nicht gerade abgerissen, aber ihr könnt euch dann einfach hier hochbauen und den Ringen einsammeln. Bei mir ist die Challenge schon nicht draußen und ich bin im Kampflabor, deswegen geht dies noch nicht, aber wenn die Challenge draußen ist, könnt ihr ihn dann einsammeln. Den zweiten Ringen seht ihr auch schon hier oben auf dem Baum, bei diesem ganz großen Haus, müsst ihr euch dann hochbauen. Der dritte befindet sich hier ganz unten, da ist es glaube ich am einfachsten, wenn ihr euch aufs Dach hochbaut und dann könnt ihr hier runterspringen und den einsammeln, dann habt ihr schon drei. Insgesamt braucht ihr vier und der letzte befindet sich beim Chapter 1 Meme Gebäude, das was eigentlich erst gar nichts überlebt hat, dann alles und zwar hier in der Mitte, da wo auch mal die Rune meine ich durchgegangen ist, hier so hoch oder so, I don't know. Auf jeden Fall waren das alle vier und ja, wenn ihr euch das Video gefallen und geholfen habt, lasst gerne ein Like da, ein Abo, wenn ihr keine weiteren Challenge-Videos verpassen wollt. Ich habe auch ein Video zu allen Stempelkarten gemacht und ein Video zu allen grünen und lilanen XP-Münzen. Wird noch eine Fortsetzung geben, wenn die blauen und goldenen rauskommen, aber ja, das war es erstmal, haut rein und ciao.